Mein Name ist Marco-Rudolf von Rohr. Ich habe das Bachelorstudium Chemie an der ZHAW in Lebenswil absolviert und arbeite heute bei Carbogenamzis als wissenschaftlicher Spezialist. Carbogenamzis unterstützt pharmazeutische Unternehmen bei der Entwicklung neuer Medikamente. Ich arbeite in einer Spezialistengruppe, die bei herausfordernden Problemen beigezogen wird. Meine Aufgabe besteht darin, Verfahren zu entwickeln, um aus komplexen Mischungen Reinstoffe zu gewinnen. Dafür setze ich eine grosse Anzahl von Analysen, Methoden und Geräten ein. Mein wichtigstes Arbeitsgerät ist mein Laborreaktor. Er ist das Modell einer Produktionsanlage und ich kenne ihn in- und auswendig. Komplexe Geräte und Methoden faszinierten mich schon während meiner Laborantenlehre. Für das Studium an der ZHAW habe ich mich entschieden, um die technischen und theoretischen Hintergründe noch besser zu verstehen. Das wissenschaftlich-methodische Vorgehen aus dem Studium ist heute sehr wertvoll für mich. Die Methodik vom Erfassen der Problemstellung bis hin zum Schlussbericht ist in der Branche üblich und gehört zu meinem Tagesgeschäft. Auch meine Fachkenntnisse in physikalischer Chemie, Verfahrenstechnik und analytischer Chemie brauche ich täglich. Während dem Studium habe ich ein Semester an der Partnerhochschule WPI in der Nähe von Boston verbracht. Das war eine unglaubliche Erfahrung. Die gewonnenen Englischkenntnisse sind für mich heute unabdingbar, weil ich in einem international agierenden Unternehmen arbeite. Das Chemiestudium an der ZHAW Wettenswil war für mich die Grundlage für meinen persönlichen Erfolg in der pharmazeutischen Industrie. Ich empfehle es allen, die einen starken Forscher- und Spieltrieb haben.